Magpies, Ritchie, sind sich nicht einig, Stockdale und Murray! Und der ist drin! Mo Diamee 1-1! Newcastle gleicht aus, Ritchie, Murray und Stockdale sind sich nicht einig, Azu der verunglückt! Und Diamee, das ist glaube ich nur Alibi halber, dass er da einfach den Stiefel hinstellt. Bleco Mio, ist das gut? Wenn er es so will, ziehe ich sämtliche Hüte, ich kaufe mir sogar noch ein paar, um die nehmen zu können. Ich glaube aber, das ist unterm Strich ihr Zufallsprodukt.